Oh, Tom! Ich habe hier gerade bei Ebay eine Angelausrüstung gefunden. Für 50 Euro! Hm, und wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Verdammt! Verdammt, verdammt! Wo bleibt nur der Junge? Guck, guck! Martin! Wir müssen zurück nach Wolkchen für wohl 80. Das habe ich gefunden. Großer Gott! Zurück geblieben in der Zukunft. Diese Matten sind total trocken und die schmecken auch gar nicht. Das sind ja auch nicht unsere Matten, das sind Kokosmatten. Martin, komm schnell! Hast du... Der Sturm! Zurück in die Zugluft. Also pass auf, ganz einfach. Zwei Länder, ja? Hier und da. Grenze in der Mitte. Die gehen los, gehen zu denen. Dann kaufen die sich Waffen, schießen rüber und... Und dann geht das die ganze Zeit... Ganz einfach. Kriegserklärung. Er funktioniert! Er funktioniert! Er funktioniert! Er funktioniert! Jesus, Doc! Was machen Sie da? Ich habe den Tellurian repariert! Steig ein, Martin! Wir können endlich wieder zurück! Verrückt in der Zukunft! Ich habe meine Barocke gefressen! Martin! Wir müssen zurück nach 1985! Ja gut, dann machen wir das doch einfach! Gut! Wo bleibt nur der Junge? Oh Gott, sie sind voll fett geworden! Das müsste funktionieren! Das müsste wirklich funktionieren! Das müsste wirklich funktionieren! Jesus, Doc! Was machen Sie da? Ich habe den Tellurian... Ich habe meine Barocke gefressen!